Also noch einmal an dieser Stelle herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Rechtfertigung. Rechtfertigung sind etwas, was uns in sehr vielen Gesprächen in der Paarbeziehung begegnet und einer der Hauptgründe, warum wir ewig miteinander sprechen, ohne dass es nur ein Millimeter vorangeht. Ja, vielleicht kennt ihr diese Unterhaltungen, diese Gespräche oder diese Streitereien, die stundenlang gehen und irgendwann haben wir schon vergessen, worum es eigentlich am Anfang ging. Ja, das Thema ist irgendwann komplett egal, weil wir in einem Ping-Pong-Spiel gefangen sind. Ja, denn wenn wir mit Rechtfertigung arbeiten, haben wir das Gefühl, hey, uns wird eine Schuld zugewiesen. Ja, wir werden für etwas verantwortlich gemacht und wir wollen dann sehr schnell erklären, warum wir nicht schuld sind und diese Schuld zurückgeben. Ja, und dann heißt es so, nee, das ist alles ganz anders. Ich hatte den und den sehr guten Grund, also wir haben ja immer ganz fantastische Gründe für das, was wir tun. Ich hatte diesen und diesen Grund dafür, warum ich das getan habe. Aber du, ja, du bist unverständlich, du, dir ist das und das egal, du vergisst das und das oder neulich hast du das und das getan. Wir haben dann eben ganz schnell einen heftigen Rechtfertigungs-Ping-Pong. Das geht immer hin und her. Ja, ich bin nicht schuld, du bist schuld. Ich bin nicht schuld, aber du. Ich bin nicht schuld, aber du. Und wir verwechseln das auch oft. Wir verwechseln das mit der Idee, dass wir uns irgendwie erklären würden. Ja, und für mich ist ein Faktor ganz wichtig. Ich habe noch nie oder sehr selten ein Gespräch erlebt in einer Paarbeziehung, in dem sich Erklären irgendetwas gebracht hätte. Ja, natürlich haben wir den Impuls, uns zu erklären, besonders wenn wir das Gefühl haben, okay, mein Partner hat irgendwas falsch verstanden, irgendetwas ist falsch angekommen. Ja, oder wir denken halt, naja, hier entsteht ein Bild von uns, von uns selbst, dem wir nicht entsprechen, was wir nicht gerne mit uns verbinden. Und deshalb wollen wir uns irgendwie erklären. Aber der Punkt ist, sich zu erklären hat noch nie etwas gebracht. Ich sage es einfach mal so pauschal. Und wenn, du kannst mir gerne mal deine Erfahrungen dazu in die Kommentare schreiben, ob du das Gefühl hast, dass in einem Gespräch, wo du dich erklärt hast, in deiner Beziehung, ob das schon mal irgendwie vorangebracht hat. Ein Gespräch, in dem du dich gerechtfertigt hättest, in dem du mir gesagt hättest, nee, ich bin nicht schuld und dann vielleicht sogar noch die Schuld irgendwie zurückwerfen wolltest. Ja. Der Punkt ist, oder die Frage ist natürlich jetzt, warum? Warum bringt es nichts, sich zu erklären? Warum bringt es nichts, sich zu rechtfertigen? Muss ich nicht irgendwie die Sachen klarstellen? Muss ich nicht irgendwie die ganzen Sachen gerade rücken, wenn mein Partner etwas falsch versteht? Etwas nicht wirklich so ankommt, wie es gedacht ist? Ja. Und der Grund, warum das oft nicht voranbringt, warum Rechtfertigung nichts bringen, ist das große Thema Schuld. Und das müssen wir ja immer ganz, ganz zentral aufmachen. Das große Thema Schuld. Ich muss ehrlich sagen, ich halte nichts, nicht viel vom Konzept Schuld. Ich halte ehrlich gesagt auch nichts vom Thema Entschuldigung. Ja. Vielleicht hast du das schon mal von mir gehört, wenn du in einem anderen Live oder in einem anderen Video von mir mit dabei warst. Entschuldigungen sind ganz selten das, was wir brauchen. Und Entschuldigung bringt auch letztendlich keinen der Beteiligten irgendwelche Punkte. Ja. Zumindest habe ich es auch nie erlebt. Denn wir dürfen nicht vergessen, warum wollen wir, dass sich das Gegenüber entschuldigt? Das hat etwas mit dem Bedürfnis zu tun, das darunter steckt. Ja. Also eine Entschuldigung zu erhalten, ist kein Bedürfnis an sich, sondern ist eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Und das Bedürfnis hinter dem Wunsch, dass sich jemand entschuldigt, ist meistens Empathie. Wir wollen Empathie. Wir wollen das Vertrauen haben, dass das, was uns verletzt hat, das, was uns beschäftigt, das uns traurig macht, das uns Angst macht, was auch immer, dass das irgendwie bei dem Gegenüber angekommen ist. Ja. Dass er oder sie mich damit gehört hat. Das ist das, was wir wollen. Und als Signal dafür, dass das tatsächlich so ist, als Beweis dafür, dass das, was mich verletzt hat, beim Gegenüber angekommen ist, ist meistens so eine Entschuldigung, dass da eine Entschuldigung kommt. Das ist das Signal, okay, du hast es verstanden, du hast die Empathie. Der Punkt ist aber, dass, ja, dann ist es aber auch irgendwie okay, eine Entschuldigung zu erhoffen. Aber dann haben wir eben Entschuldigungen, die kommen und danach merkt man, okay, das hat mir jetzt irgendwie nichts gebracht und ich rede irgendwie weiter und bin weiter aufgebracht, mache weiter Vorwürfe. Und dann kommt so der Satz, ja, aber ich habe mich doch entschuldigt, was willst du denn noch? Ja, was der andere noch will, ist irgendwie eigentlich Empathie. Ist nicht dieses Blödwort Entschuldigung. Niemand nützt eine Entschuldigung. Und bitte, bitte bringt euren Kindern nicht bei sich zu entschuldigen, bei jedem Scheiß. Ja, es bringt einfach nichts. Also, wenn ihr wollt, dass eure Kinder ein gewisses Mitgefühl und Empathie für diejenigen haben, dem sie irgendwie wehgetan haben, dann bitte lebt es einfach vor und hört auf, irgendwelche Floskeln und Phrasen ihnen einzudreschen, als würde das irgendetwas bringen. Ja, das betrifft ja auch Dankbarkeit. Das betrifft auch so etwas wie Bitten. Ja, ich kann meinem Kind nicht durch Worte beibringen, dass es dankbar ist. Ich kann ihnen eine Phrase beibringen und ihnen beibringen, ja, das wollen die Leute irgendwie hören, weil sie irgendwie auf Automatismen scharf sind. Aber deshalb hat mein Kind noch keine Dankbarkeit gelernt. Und deshalb lernt auch mein Kind keine Empathie, nur weil ich ihm sage, sag Entschuldigung. Bring deinem Kind Empathie bei, nicht das Wort Entschuldigung. Ist eine Herausforderung, der ich mich natürlich auch jeden Tag neu stellen muss mit Kindern. Ja, aber das ist so dieser Impuls. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgetrifftet. Wir sind sehr lange bei dem Thema Entschuldigung festgehangen. Wo wir herkommen, ist das Wort Schuld. Was ist Schuld? Schuld bedeutet, dass ich etwas getan habe in der Vergangenheit und dafür das Gefühl habe, okay, ich muss dafür büßen. Es war etwas Falsches und es hängt mir wie ein Makel an, ja. Das Problem ist, wenn ich meinen Schwerpunkt darauf lege, dass ich diese Schuld habe und wenn ich darum kreise, okay, ich bin schuldig auf irgendeine Art und Weise, dann möchte ich diese Schuld wieder loshaben, ja. Und da gibt es zwei Varianten. Die erste ist, ich erhoffe mir, dass mein Gegenüber mir Absolution erteilt. Dass ich quasi mich entschuldige, ja. Und dann wird das schon alles wieder gut und dann wird mir das vergeben vom Gegenüber, ja. Das hat zwei Folgen. Die erste Folge ist, ich kreise irgendwie um mich selbst, ja. Darauf gehe ich gleich nochmal tiefer ein. Das zweite ist, ich mache mich extrem abhängig vom Gegenüber, denn was ist denn, wenn der andere eben mir keine Absolution erteilt, ja. Dann haben wir ein ganz ungünstliches Machtverhältnis in der Beziehung. Du, der oder die ständig um den anderen herumkreist, weil endlich mal diese Absolution kommen muss. Muss doch mal die Absolution kommen, das muss mir doch vergeben werden, das muss mir doch vergeben werden. Und der andere, der entweder diese Machtposition irgendwie nicht loslassen kann. Also das Gefühl hat, okay, ich brauche Kontrolle darüber, dass ich nicht vergebe, übe ich Kontrolle aus. Und das tut mir irgendwie gut in dem Moment. Ja, also gar nicht, dass da was Böses unterstellt wird, aber ich möchte das noch nicht loslassen, worin ich den anderen erschuldig ansehe, weil ich das Gefühl habe, so bekomme ich Empathie, so bekomme ich Zuneigung, so bekomme ich irgendwie das, was ich eigentlich vom Gegenüber brauche, ja. Oder der andere fühlt sich unter Druck gesetzt, weil er das Gefühl hat, ich kann wirklich noch nicht vergeben. Irgendwas ist da noch offen und mir wird ständig aber herangetragen, jetzt verzeih mir doch, jetzt verzeih mir doch, ja. Also da haben wir so ein ganz komisches Verhältnis, was da entsteht, wenn ich irgendwie auf Absolution hoffe von meinem Partner. Die andere Variante ist, dass ich nicht, dass ich keine Absolution haben möchte, sondern, dass ich es nicht einsehe, dass ich diese Schuld habe und dann möchte ich sie wieder loshaben, ja. Und das sind dann Rechtfertigungen. So entstehen Rechtfertigungen, so entsteht dieses Elende, sich erklären, erklären, erklären. Weil ich mir denke, ich würde diese Schuld nicht haben, weil wenn ich diese Schuld hatte, wäre das so ein Makel und würde meinen Wert in Frage stellen. Würde meinen Wert als Mensch in Frage stellen. Würde machen, dass ich vielleicht nicht so viel wert für meinen Partner bin. Würde meine Berechtigung auf diese Welt zu sein in Frage stellen, weil ich etwas getan habe, was schlecht und böse war, ja. Egal, welche Variante man für den Umgang mit Schuld findet, man kreist immer um sich selbst. Es ist eine ziemlich egozentrische Art, mit etwas umzugehen, was man getan hat, was jemand anderes verletzt hat, ja. Ich kreise ständig nur darum, ah, ich habe diese Schuld und ich muss sie wieder loswerden. Und dann kreise ich um mich und kreise um mich und versuche irgendwie wieder klar zu kommen mit meinen Gefühlen. Mit meinem Selbstbild und so weiter und so fort. Was hinten runterfällt, ist derjenige, der verletzt worden ist. Ja, also wenn ich meinen Partner verletzt habe und dann stelle ich da um den Kreis, ah, ich habe diese Schuld und muss sie schuld loswerden. Mein Partner, der kommt in dieser Rechnung gar nicht mehr vor. Höchstens noch als derjenige, der jetzt endlich mal irgendwie vergeben muss. Aber dass der andere in seiner Verletzung Empathie braucht, das geht komplett unter, ja. Ja, der andere braucht Empathie für diese Verletzung und ich kreise nur darum, ha, Schuld, 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 Schuld und hier Schuld und da Schuld. Und der andere könnte das sogar noch, könnte es sogar noch sein, dass der andere das beflügelt und noch unterstützt, indem er auch auf dieser Schuldfrage rumreitet. Ja, und dann kreisen wir ständig um diese Schuldsachen, ja. Und das führt nun so hin. Das ist eine Sackgasse. Also was soll dieser Dialog, wen soll das was bringen? Da kommt keine Empathie drin vor, da kommt keine Erlösung drin vor, da kommt gar nichts drin vor. Und dementsprechend halte ich vom Konzept Schuld in einer Paarbeziehung und die Diskussion über Schuld einfach nicht viel, ja. Führt zu nichts. Sackgasse. Ein ganz anderes Thema ist, dass wir Schuldgefühle haben. Das ist eine Grundemotion. Das ist eine primäre Emotion, die haben wir einfach. Wir haben Schuldgefühle, wir fühlen uns schuldig, ja. Das ist ein Unterschied, ob wir auf diesem Thema, wer hat die Schuld rumreiten, oder ob wir irgendwie einen konstruktiven Umgang mit unseren Schuldgefühlen finden. Und Rechtfertigungen sind ein destruktiver Umgang mit diesen Schuldgefühlen, ja. Es wäre ganz sinnvoll, wenn wir ein Gegenkonzept aufmachen, ja. Ich möchte jetzt nicht nur sagen, was alles falsch und blöd und schlecht ist, sondern ich möchte auch darüber sprechen, okay, was können wir denn stattdessen tun? Das wäre gut. Und der Gegenentwurf zu Schuld ist natürlich Verantwortung, ja. Ich übernehme Verantwortung entweder an meinem Anteil, den ich eine Situation habe, wo ich den anderen verletzt habe, ja. Und wenn ich Verantwortung übernehme, dann schaue ich hin. Dann schaue ich, okay, du hast diese Verletzung, auf einmal geht es um den anderen, auf einmal schenke ich Empathie. Okay, ich möchte diese Verantwortung für meinen Teil am Handeln übernehmen und bin deshalb da für dich in diesem Moment. Und ich schaue auch in die Zukunft und schaue, okay, wie können wir das in Zukunft verhindern, dass diese Verletzung wieder eintritt, ja. Dazu brauche ich natürlich das Vertrauen, dass, ja, auch wenn ich Menschen verletze, ich deshalb kein schlechter Mensch bin. Dieses Selbstbewusstsein brauche ich und vielleicht muss man das erst entwickeln, dass man dieses Vertrauen hat, weil, ja, wenn es nicht da ist, fängt man wieder an zu kämpfen, ja. Aber, ja, in Beziehung verletzen wir uns. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir böse oder unperfekt wären oder ganz schlecht mit Beziehung umgehen können. Nein, es ist einfach die Tatsache, dass wir uns in engen Beziehungen verletzen. Das passiert, ja. Oh mein Gott, riesen Überraschung, aber so ist es halt. Und es ist nicht immer angenehm, aber so ist es. Und wenn ich das weiß, dass das einfach passiert, dass es normal ist, dann kann ich damit umgehen und dann kann ich auf meinen Partner eingehen in Verantwortung. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir noch einen anderen Punkt, ja. Das ist vielleicht soweit klar, okay, ich habe wirklich irgendwas getan, das hat einen anderen verletzt, ich habe Schildgefühle, ich gehe damit um, indem ich Verantwortung für mein Handeln übernehme. Okay. Dann haben wir aber noch die Situation, wo man sagt, oder wo ihr vielleicht jetzt sagt, wo du sagst, die du zugekurscht hast. Hey, aber was ist denn, wenn mir wirklich etwas unterstellt wird oder wenn mir etwas angehangen wird, was einfach wirklich nicht stimmt? Ich muss mich doch erklären dürfen, ja. Und da sage ich auch in diesem Fall, also dann, es ist natürlich auch eine Fallbetrachtung, ja, in dem Moment. Vielleicht könnte dann die Erklärung wirklich eine Aufklärung bringen, die eine Erleichterung für euch beide bringt, ja. In vielen Fällen ist es das aber nicht. In vielen Fällen bringt dieses sich selbst erklären keine Erleichterung. Und da müssen wir darüber sprechen, warum das so ist. Das hat ganz oft damit zu tun, dass die Themen, über die diskutiert wird, wie real sie auch immer und falsch interpretiert sie auch immer sein mögen, austauschbar sind. Weil es in diesen Gesprächen nicht um diese Themen an sich geht. Und dann ist es auch scheißegal, warst du der oder diejenige, die oder der das und das getan hat. Es geht um Bedürfnisse und Emotionen darunter. Und jetzt müssen wir, es geht natürlich um einen Bereich, der wirklich fallabhängig ist, aber ich möchte es einmal so aufmachen. Es könnte sein, dass wenn dein Partner auf die Idee kommt, dass du das und das getan hattest, dass du die und die Intention hattest in dem Moment. Und dass das daraus resultiert, dass es einfach die Atmosphäre in eurer Beziehung ist, dass so etwas passieren könnte. Dass es vielleicht in diesem Fall nicht passiert ist, aber dass es passieren könnte. Einfach weil eure Beziehungsdynamik so ist. Und es weist letztendlich, selbst wenn es ein falscher Vorwurf ist, der nicht gerechtfertigt ist in dem Moment, weist es darauf hin, dass dein Partner, deine Partnerin irgendein Bedürfnis hat, was in dieser Beziehung einfach nicht erfüllt ist. Weshalb er die Sachen so filtert in dieser Richtung. Und dann wäre es auch in diesem Fall sehr sinnvoll, nicht über das Thema an sich zu diskutieren und ob du das nun warst oder nicht und ob das gerechtfertigt ist, der Vorwurf oder nicht, sondern eher die Frage zu stellen, hey, wenn du denkst, dass ich so etwas tue, dann muss es dir ja an dem oder dem Punkt unglaublich schlecht gehen. Wenn du denkst, ich hätte deinen Geburtstag vergessen, obwohl ich nicht getan habe, ja, aber denkst, dass ich habe den vergessen, dann musst du ja in unserer Beziehung das Gefühl haben, dass ich dich nicht sehe, nicht wichtig nehme oder was auch immer. Lass uns doch bitte darüber reden, warum das bei dir so ist, warum du dich so fühlst. Und zwar nicht so, ja, was da jetzt falsch mit dir ist und was du jetzt deine Eltern auf mich projizierst, pipapo, ja, und wie du dich das mal selber mit dir in den Griff bekommst, sondern, nee, Verantwortung übernehmen wieder. Das sind wir bei dem Punkt Verantwortung übernehmen. Wo könnte denn mein Anteil daran sein, dass du dich so fühlst? Und das möchte ich einmal so ernst nehmen, dass du, dass du das, das, ich möchte das einmal so aufmachen, dass ich diesen Anteil übernehme an Verantwortung und schaue, wie kann ich dir, dich da unterstützen, dass es dir besser geht, dass eben solche falschen Vorwürfe nicht mehr entstehen, ja, was mir dann gut tut und was dir gut tut. Das ist so das Thema zu Rechtfertigung und der Schluss, zu dem ich komme, ist, dass Rechtfertigung und sich Erklären in den seltensten Fällen irgendetwas bringt, in den seltensten Fällen irgendwie sinnvoll ist, voranbringt, gut tut, was auch immer und noch kein Gespräch vorangebracht hat. Sondern jemand ist verletzt, lass uns darüber reden, was hat denjenigen verletzt, was war dein Anteil daran, was sind das für Bedürfnisse, Emotionen darunter und lass mich da an diesen Emotionen für den anderen da sein. Das sind Gespräche, die voranbringen und die eine Veränderung bringen. Ja, das soll es auch schon gewesen sein an Input an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zum Thema Rechtfertigung steht und zum Thema sich Erklären. Vielleicht habt ihr noch andere Punkte, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt noch gar nicht gekommen oder kannst du, das wäre noch gut gewesen, darauf einzugehen oder ich habe da einen Punkt, wo ich anders denke. Bitte gerne einfach in die Kommentare damit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Alles Gute euch, euer Matthias.